noch ein paar hopliten werden nicht schlecht mit dem anfang du wirst gebaut tempel wird gebaut so tempel ist fertig wir können übrigens auch die forschung von aries hier unten in der schmiede erforschen ich werde selber lieber erst mal gerne bessere toxoti und bessere waffen allgemein so holz kommt rein nahrung geht gerade noch so und ja die schweine sind auf maximum hier oben wäre eigentlich noch wild zeug aber das zu jagen lohnt sich fast nicht ich werde jetzt die schweine töten und dann ich werde noch einen dorfbewohner ausbilden für nahrung zusammen und ich kann ich mal zum gold abbauen schicken weil mehr brauchen wir gar nicht mehr bauen feindliche angriffe werden mehr aber damit kommen wir noch gut klar bogen des grauens damit die mehr schaden machen und noch ein paar mehr hopliten noch einen zyklopen den dritten kann ich mir leider gerade nicht leisten ich wollte ich da hinschicken du baust noch ein haus damit wir auf über 100 kommen das reicht dann nämlich ja eigentlich an einheiten limit und dann werden wir uns langsam vorwärts bewegen da wollte ich nicht nur naja die sichtweite von gebäuden und ich könnte zinnen erforschen ja von mir aus wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen werden ihr könnt ruhig hier unten holz sammeln da seid ihr näher dran halt seid ihr eigentlich alle holz sammler ja stimmt von euch habe ich sechs stück na gut sammeln du von mir aus da oben so ein paar toxotty ein paar hopliten bessere rüstung und auch bessere schilde gleich hier brauchen wir gerade nichts wir könnten noch triremen bauen aber wir müssen uns eher auf dem land bewegen als im wasser deswegen ist das okay so und ja bessere gebäude also lebenspunkte von gebäuden kann man sich hier angucken welche weiterentwicklungen schon auf die sachen wirken und was man dort noch erforschen kann also im augenblick haben wir beobachtungsturm das wird leider nicht angezeigt aber wir könnten noch einen wachtturm draus machen und sogar kupferwaffen wirken auf türme so du klopfst weiter gold das gold dürfte reichen weil so eine große goldmine macht 6000 wir könnten noch die schachtanlage die schachtanlage nicht schlachtanlage erforschen so und jetzt gucken wir mal dass unser bevölkerungslimit voll kriegen also noch ein paar hopliten und vielleicht wenn wir die nachgut dafür haben genau ein zykloppen mein problem was ich gerade habe ist es ist jetzt kurz vorm abkratzen wie viel kostet zum transportschiff zwei also wenn ich das war abreißen ist zwar nicht viel aber ist eine zusätzliche einheit so und dann können wir schon mal losziehen unserer kleinen kampf truppe hier ich merke gerade ich habe zu viele hopliten und zu wenig toxot hier also bin ich noch mal ein paar von denen aus und dann ziehen wir hier glaube ich so um die inseln rum in richtung feindliches lager oder müssen wir hier durch wir haben gleich die ausbildungsgrenze erreicht waffen sind erforscht im tempel können wir auch nichts mehr forschen naja forschen wir doch mal das hier und ich kann nicht mal auswählen weil es ein ausweihlimit gibt ok da muss ich halt mit gruppen arbeiten und hoffe einfach mal dass ich hier genau hier muss ich durch latschen und genau der zyklop packt sich mal einfach den gegner und wirft ihn weg das sieht so aus als ob es richtig wäre ok tesos ist gleich tot und wir hätten auch hier unten irgendwo durch können gut zu wissen ich glaube wir haben nicht gerade die idealroute genommen kommt wer denn mal den wachtturm hier los der nervt ignoriert den wachtturm nach dem können wir einfach vorbeigehen und wir sind am hafen das ist gefährlich feind hat schlangenplage beschworen das ist jetzt nicht ganz so gefährlich eigentlich wir holen uns lieber erstmal ein paar nachschubstruppen weil ich glaube nicht dass wir das jetzt auf anhieb schaffen werden genau wir ziehen uns erstmal zurück tesos ist nämlich gefallen also werden wir neu ausbilden aber wir haben wenigstens ein bisschen schaden angerichtet auch wenn es nicht genug war wären wir wahrscheinlich oben rum gegangen hätten wir es einfacher gehabt das problem war halt wir sind am hafen entlang vorbei gekommen was schlecht war so tesos ist wieder da wir können uns einen ersatz zu kloppen am besten zwei ersatz zu kloppen holen und noch mehr noch mehr hopliten die hopliten haben nämlich gelitten so hier sind mehr helden drin als nachkampfeinheiten aber ist halb so wild gut wir haben einen ersatz zu kloppen wir haben zwei ersatz zu kloppen sogar schon warten wir mal bis wir genügend hopliten haben wir könnten eine zweite kaserne bauen aber nahrungsmäßig sind wir ein bisschen schlecht beseelt was ja eigentlich kein hinter des sein dürfte so bauen wir eine zweite kaserne dass es schneller geht und sammeln hier unsere truppen neu so ich weiß gerade nicht können wir kann man schon für die kaserne im voraus wegpunkt setzen so gleich berechtigung für beide gebäude wir können übrigens die kaserne doppelt auswählen und einmal drauf drücken da gibt es nämlich in beiden dachte ich eigentlich egal müsste eigentlich in beiden gewesen sein wer einfach ist niedrig für mittlere hoplite zu niedrig naja egal wir kriegen ja jetzt gleich wieder genug hopliten für den nächsten angriffsversuch so genau ups das war falsch das ist besser wobei du solltest eigentlich lieber in das team hier rein und dann gehen wir halt mal oben lang du baust mir zur sicherheit hier einen turm hin ich habe nämlich so das gefühl hier ist ein wachturm okay der ist nicht so wild und hier liegt übrigens der dreizack und ja immer wenn wir das dorfzentrum übrigens angreifen dann ändert sich die musik so jetzt werden wir erstmal die infanterie hier los und die letzte schlange ja und die zykloppen die werfen auch einfach mal so die gegner in den wald so ok K-Boss ist geflohen das heißt wir verfolgen ihn auch wenn uns hier gerade ein paar Notbieter auf die Nerven gehen so gut ein mittlerer Axtkämpfer na kommt meine gesamten hopliten gegen den einen einzelnen Eumel und Kamos ist übrigens ein Held das heißt eigentlich sind meine mythischen Einheiten hier völlig aufgeschmissen und ja meine hopliten bekämpfen die Schiffe das nächste Maler Kampus euer Glück hält nicht ewig und ich werde Zeuge sein euer Kopf wird an einem Mastbaum in Atlanta mindestens eins von Poseidons Kindern ist immer noch auf Seiten unserer Feinde ladet den Dreizack auf das Transportschiff es soll umgehend nach Atlantis zurückkehren ups das Transportschiff habe ich vorhin versenkt ja gut das war die zweite Mission schon gehen wir zur nächsten über wir kommen in Troja an ja die Mauern von Troja schön oder Arcanthos bei den Göttern Mutter Atlantis schickt ihren besten Admiral um für mich zu kämpfen gütige Worte König Agamemnon und wen haben wir hier Ajax welch Überraschung euch so wohl behalten hier zu sehen diese trojanischen Hunde versuchen es immer wieder mein Freund gut euch wieder zu sehen warum so fern der Heimat nun irgendjemand musste euch ja helfen dies hier zu beenden sie halten Helena hinter ihren Mauern gefangen und wir konnten bis jetzt nicht durchbrechen das wird sich bald ändern ihr kommt gerade rechtzeitig zu unserer Schlussoffensive Arcanthos lasst eure Leute an Land gehen und ein Lager im Osten aufschlagen aber seid auf der Hut es gibt dort trojanische Späher danach beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Angriff mhm ja und wir kriegen noch ein paar Obliten und Agamemnon verpisst sich wir haben aber einen neuen Helden bekommen nämlich Ajax was sehr schön ist Ajax hat ein paar Fischkutter hier vor Ort Agamemnon gehört der ganze Rest auch wenn sich Agamemnon jetzt verkrümelt hat so also toll ja noch ja 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 Vielen Dank.